Mein Name und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal wieder ein klassisches Video Bad Wars auf Hypixel zusammen mit Mr.Flaming. Servus Leute. Genau, wir spielen heute eben ein paar Runden Bad Wars im 4x4 und genau, ihr könnt gerne bei ihm mal vorbeischauen, er streamt aktuell auf Kärnten AP und lädt demnächst auch noch ein Bad Wars Video hoch, was wir vorhin aufgenommen haben. Genau, und dann legen wir los. 4 vs 4 vs 4 Hilfe. Ist ganz praktisch, man kann die Map schon mal angucken. Ja, Map-Design haben sie schon noch geiles, darf man nicht sagen. Ja. In der Mitte ist Emeraldspawner oben anscheinend. So, jetzt müssen wir mal schauen, was die anderen Teamkollegen hier machen können. Und was ich immer ganz gern mache. Ich weiß noch, ich frage dir schon 4x4, wenn du dir direkt Eisenrüstung holst. Aber das kann immer eigentlich nur einer aus dem Team machen, weil sonst zu wenig Zeug halt da ist. Ja, ist logisch. Hallo, brauchst du Eisen, hier. Dankeschön. Sehr nett. Jawohl. So, Spitzhacke. Direkt voll ausrüsten hier. Bett hat irgendwer schon eingebaut. Sehr gut. Wir bauen auch links und rechts hier. Das habe ich selten, dass wir so viele Leute bauen, weil ich habe meistens irgendwie Leute, die ein Werk gar nix bauen, aber die direkt halt weg sind und du siehst den Rest der Runde nicht mehr. Wo verstecken sie sich heraus? Keine Ahnung, was die dann nimmer bleiben. Schon halt dann weg. Geil. Ich wollte gerade einen angreifen oder irgendwie. Ich glaube, die Blau sind zu uns. Ich habe gerade mit Grünen ein Problem. Ja, sehr gut. Blau macht auch Schwierigkeiten. Hier war mal ein Kop, der ist weiße Gott sei, hat beim Farmer gestanden und hat es durchgehend drauf gestanden und ich habe nichts mehr gekriegt. Sehr praktisch. Also einer hat Spass am Aktenbauen, das ist doch super. Dann verlieren wir unser Bett wenigstens nicht. Es wäre jetzt witzig, wenn es direkt jetzt abgebaut worden wäre. Äh. Achtung, Blau kommt. Okay. Von? Links. Von Blau. Von Blau? Ah, sowas. Komisch. Äh. Ich glaube, Blau in ihm so. Achtung, der baut sich hoch. Ist er doch da, oder? Ja, ja. Der baut sich über uns. Los, selber sieht's. Ah, guck mal. So einer ist das. Sonst bauen wir uns halt noch höher. Und Achtung, er kommt und hat sich so hoch gebaut, dass er geschraubt ist beim Runterspringen. Hahaha. Sehr schön. Jawohl. Ich geh auf Wieser, Mann. Ups. Echt? Ah, grün ist in der Mitte. Baut sich zu uns. Mehr treffen und auch gar nicht. Passt. Okay, entweder leck ich oder der leckt. Eins und beiden. Das ist selten, seltsam. Oh, ich hab noch eine Herzhilfe. In der Zelle, bei Blau in der Besen, probier Gott das Bett anbauen. Ja. Gut. Da komm ich so schnell nicht hin, glaub ich, ne. Vielleicht schaff es. Ich hab nur mehr bloße Hohen. Ja. Also, ich guck so viel war gut gewesen. Ja. Sehr gut. Jawohl. Warte, ich hab zwei Dears und damit kann man exakt nichts kaufen, nichts lassen. Hallo da. Ach so, die greifen mich ja an. Aha. Wieder weg hier. Weg, weg, schnell. Höh. Wolltest du da loslegen oder was? Ja. Ach, da ist rot. Da rote. Hallo. So. Aber... Grün hat auf Bett. Habst du das Gefühl, das tut nichts mehr? So. Ich glaub, du könntest sogar recht kommen. Mit? Hm? Mit was? Was? Wer? Wo? Das ist nichts mehr, ne? Ach, ja. Abo. Ich wurde nach unten gesprengt. Hahaha. Ja moin. Ich drückte Lauerstritt. Sehr schön. Jetzt ist unten. Gut. Und tschüss. Ja, aber zur Zeit die Mindestanforderung von YouTube ist auch heavy. Ja, ich glaub 1000 Abonnenten und äh, was? Ich glaub... 4000... 4.000... Wiedergabe Stunden, ja. Ja. 4.000 Stunden Watchtime. Zum Beispiel, die haben doch neulich diese für YouTube Shorts eingefügt, ne? 10 Millionen Aufruf innerhalb der letzten 30 Tage. Okay. Oder irgendwie sowas war das noch, glaub ich. Äh, das ist cool. Aber ich muss sagen, äh, beim Streamen kriegt man das eigentlich fast relativ schnell zusammen, die 4000 Watchtime. Weil hier wird so, glaub ich, fünfmal gestreamt oder so. Mhm. Und ich hab jetzt 40.000... Ah, 40 Stunden Watchtime. Ja, gut. Ja, ich bin jetzt bei 35 mit allen meinen Videos. Also, das zählt ja nur fürs letzte Jahr, ne? Logischerweise, also. Ja, klar, ja. Ich hab mal in irgendeiner Server-Verabschiedung, ne? Da, wo ich ja vorhin erzählt hab, ähm, hab ich auch Bad Wars gespielt. Und ich hab irgendwie, ich glaub die halbe Runde nicht gecheckt, dass ich in dem Team war, die ich ganze Zeit angegriffen hab. Und ich hab mich immer gewundert, warum ich die nicht treff. Und dann wollte ich das Bett abbauen. Und dann hab ich das Bett nicht gecheckt. Geht das Bett nicht weg, ja? Ja. Richtiger Profi. Also, ich hab beim Nachhinein dann auch so gedacht, ja, ho. Eigentlich sollte ich's einfach löschen, anstatt hochzuladen, aber... Geht schlecht. Kann man nicht nochmal aufnehmen, von daher... Wie hieß das mit der Server-Verabschiedung, mein? Also, die Server gibt's jetzt nochmal, oder? Ja, genau. Also, quasi, wenn ich's mitgekriegt hab, dann bin ich halt vorher auf den Server draufgegangen, hab halt geschaut, was für Spielmodus mir gefallen und dann halt da nochmal was gezeigt. Und bei manchen hab ich die Website nochmal gezeigt und war dann halt, wo sie den Server dann runtergefahren haben teilweise mit dabei. Genau. Ah, okay. Äh... Boah. Mich ärgert's nur, dass ich bei RANDMC nicht mit dabei war, wie gesagt, bei dem Dr. Banks, weil... Da hab ich echt viel gespielt, noch so im... Also, halt... Zusätzlich zu, äh... Ipixel und... Gomme, aber... Das hab ich tatsächlich witzig als einen Tag danach gelesen, nachdem sie zugemacht haben. Also... Ja, hat mich schon ein bisschen geärgert, aber recht. So, äh... Abbaulähmung... Ah, da ist rot. Wo bei uns? Na? Nee, auf der... Tierinsel, ich bin tot. Das Leute so wenig Lockback kriegen oder so schlecht, äh... Überhaupt getroffen werden. Ja, ich... Postgort hat's überhaupt, wenn du... Mit deinem Parish hierst oder so. Also... Du bewegst, Postgort kann Meter. Aha, rot. Ja... Trefft's schon wieder an. Man. Äh... Die zwei Leute auf einmal sind vieles, Mensch. Ja, wir sind doch nur noch zu dritt im Blau. Klasse, so wie Gelb. Toll. Ah, rot. Oh, hast du. Rot ist bei uns. Ja, ja, ja. Hast du? Ja. So. Oh ja... Äh... Hm... Das war's gleich mit unserem Bett, hab ich so's Gefühl? Ja. Ah, no. Äh... Ich hab's... Ich hab's... Ja... Ja, ich... Noch lebe ich, aber der... Äh... Ja, jetzt bin ich gleich tot. Ja. Ey, ich hab fast das rote Bett noch aufgebaut. Aber nur fast. Nur fast. Interessante Map auf jeden Fall wieder. Ja, ja. Sehr nah beieinander alles. Aber echt, gell? Ich glaub, vielleicht holen wir noch einen Ruin. Ja, ey. Wollt's grad sagen. Eigentlich müsste schon ein Zielformer drin sein hier, aber... Hm. Ich glaub, ich knirr mich mal ums Bett einbauen diesmal. Vielleicht... ...hilft das was. Was? Er zappt jetzt... Au. Ja, moin. Ne, hab ich nicht, aber... So nicht wirklich müssen. Gehen wir auf rot, oder? Ja, jo. No! Und du bist raus. Ich seh schon. Runtergepackt. Das ist gesenkt. Hm, ich hab's gesehen. Bist durch den Block gefallen. Ein Mikro draufgefallen. Äh... Ja. Rotkopf, komisch. Fuck, schnell einfach weg. Und tschüss. Oh. Nice. Äh... Oh. Ja, sicher wohl. Sehr schön. Daumen hoch. Oh mein Gott. Mhm, da gehen zwei rüber. Ah. Und da ist einer runtergefallen. Ich weiß auch gar nicht wer. Ich glaub, wir vergessen den Block platzieren. Bin mir aber nicht sicher. Okay. Hey. Mach mir grad von rot weg. Zicks. Sehr schön. Na. Na. Vor das rote Bettkopf. So knapp. Das... Ich hab schon auf den Kopf. Aber nein. Man. Das grüne Bett wurde zerstört. Ey. Ja. Da ist grad ein roter runtergeflogen. Ich bin schneller. Ich geh zu rot. Jupp. Jupp. Die MF hab ich so gern in dem Bad Wars Video gespielt im ersten was ich gemacht. Da erinnere ich mich noch dran. Ja. Passt nicht. Sehr schön. Nur da es damals noch gut war im Vergleich zu jetzt. Ja, das glaub ich da gern. Ich war früher auch noch besser. Nicht viel besser, aber... Ja, hab an. An roten. Und die haben kein Bett mehr. Die roten haben kein Bett mehr. Ah ja. Ja, einen hab ich geholt. Bin in die... In die... Na! Bin runtergefallen. Kommt was zu uns oder wie? Ne. Kommt wer zu uns? Ne. Wir waren da mitten. Aber über den roten Kult. Ich hab 8 Dias. Geschärfte Schwerter. Hui. Geschärfe. Ja, also mit 6 Emeralds kann man sich ja die Rüstung kaufen. Tatsächlich. Immer an die ranzukommen ist immer etwas schwieriger. Wie komplette Dias? Naja, halb. Also alle Rüstung die du kaufst hast ja quasi nur Bein und... Äh... Schuhe. Okay. Und... Ja, dann kannst du auch halt permanente Dias Rüstung kaufen mit 6 Emeralds. Ja, verliert man da die Rüstung wenn man stirbt oder? Ne. Ne, ne. Die behältst du. Okay. Muss ich auch schauen, dass der eine Dias... Ah. Also ich hab jetzt grad Eisen. Weil wie gesagt, äh... Emel ist schwierig. Äh. Schau, gelb. Bleib stehen da. Ich kürz ab in die Mitte. Okay, die Abkürzung war keine Abkürzung. Ich hab länger gebraucht. Ja hab ich. Jawoll. Äh, die Runde läuft! Aber warum ist sie meiner auf? Um den zu klopfen. Ne. Kleiner Spoiler. Ja, der war ein kleines. Oh, rot, 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 rot. Bei uns. Also in der Mitte bei uns. Ah. Hat keiner gesehen. Oder? Was? Ich hab nichts gesehen. Ne, ne, ne. Na pass. Ja, ich bin tot. Äh, ja. Müssen dann mal auf gelb gehen. Und rot halt. Wer hätt's erwartet? Weil der eine Rote in der Mitte will sich grad, glaub ich, will sich grad durch die Errüstung holen. Äh. So. Was hab ich? Das kann ich für 5 Dias kaufen. Ich hab den Schuppen lassen. Der hat guten Stuff. Alter, die kämen alle jetzt. Hab ihm. Ich glaub, das war der Arne. Der holt sich grad einen Goldopfer snacken. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Big God. Hey, Gelbespate ist auch weg. Hey, wir könnten echt gewinnen die Runde. Da läuft ein Rot an der Mitte. Rot, rot. Ja, ja. Ich seh's. Ich versuche, äh, ja. Kommt der zu uns, oder? Ja. Ja, Mist. Ich hab ihn rüber gehittet. Anstatt runter. Naja, der hat jetzt grad natürlich zwei Goldäpfel vergessen. Ich bin tot. Aber der steht bei uns auf dem Weg. Am Weg. Ja, ja. An der Mitte. Quasi. Okay. Äh, sie baut sich hoch. Mhm. Ja, der hat bestimmt wieder irgendwie... TNT dabei oder sowas in die Richtung. Achtung. Er baut sich hier oben drüber. Der hat bestimmt irgendwas. Achtung, er kommt wieder runter. Achtung. Da. Ja. Wo ist er? Er über uns direkt, quasi. Direkt am Ausgang. Ah, ja. Äh, Eingang. Ah, okay, okay. Und er hat ne Tier... Hat ein Tier-Schwert. Ja. Er end's da und kannst du dann weg springen. Äh. Oder doch. Ist er? Weiß es nicht. Ich glaub, er ist tot. Ah, nicht sterben. Zum Glück. Oh, zum Glück hab ich ne Heilungsbrügel gekauft. Ich hatte grad noch ein Herz mit dem Feuer. Puh. Echt? Ja, noch ein roter. Dann haben wir gewonnen, hey. Ja, jetzt haben wir... Ja, okay, auch roter. Das ist nur die Frage, wo der ist. Ich hab... Oh, der hat da... Der hat da Feuerbogen. Oh, der hat... Äh, Dingsbälle. Ne Feuerbälle, Dinger. Ah, na, Feuerbälle hat er, ja. Ich bin hinter dir auf der Haupte. Boah. Äh, platzier mal hinter dir vielleicht Blöcke. Dann fliegt du wenigstens nicht runter. Ja. Oh, ich hab ne Enderpelle gehört. Ja. Jawoll. Yes, Mann. Sehr schön. So, das ist doch noch ne Ende. Sehr gut. Perfekt zum Schluss, oder? Jawoll. Besser könnte es jetzt gehen. Ich hab auch exakt null Kills die Runde geholt. Ja. Klasse. Jawoll. Gut, dann. Ich hoffe euch hat das Video soweit gefallen. Äh, schaut gerne wie gesagt bei Mr. Flaming vorbei. Äh, und ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Tschau. B-B-D. Sop. Vielen Dank.